Hallo Bürger der Welt, wir sind die Limonati. Hinter den Kulissen unseres Alltags läuft die vielleicht größte Verschwörung aller Zeiten. Ein geheimer Machtzirkel versucht uns davon abzubringen, leckere Limo zu trinken. Weil Menschen viel einfacher kontrolliert werden können, wenn sie keinen Spaß haben. Seit Jahren wird eine systematische Gehirnwäsche betrieben und die Bevölkerung mit langweiligen Trinkgewohnheiten einzulullen. Die Menschen vergessen, was Spaß ist. Und das System lacht. Diese Limo-Verschwörung werden wir ab sofort aus dem Untergrund bekämpfen. Mit Methoden, die wir hier natürlich noch nicht verraten. Wir sind die Limonati. Wir haben lustige Absichten. Wir verbreiten die Limo. Wir werden jeden Tag mehr. Also zieht eure Stücke aus dem Arsch und verbrennt sie auf dem Schalterhaufen der Fremdbestimmung. Denn frei ist nur, wer sich die Limo nicht verbieten lässt. Verbreite die Limo. Ein Verdammt sein. Ein Verdammt sein. Problem. Bei eher mithil, nur mit einem Múnkuchen bist du schrage. Ein Verdammts sein. Untertitelung des ZDF, 2020